Elegant Weapon für eine mehr zivilisierte Ähre Anfänger trapped! Glocken Sie! Das ist der erste Aufnahme zum Regen des Programms OBS So, was macht er? Er rennt jetzt mal planlos durch die Gegend. Er weiß nicht, was er machen soll. So, da kommt jetzt der eine vor. Gebt ihm direkt Headshot. Ähm... Ja, sieht schon verdächtig aus. Das sieht jetzt nach Tarnung aus. Keine Ahnung, schwer zu sagen. Warten wir mal ab. Wir haben das jetzt nicht gesehen angeblich. Weiß nicht, ob er jetzt richtig hingeguckt hat oder nichts. Warten wir mal ab. Also, diese Szene war gerade schon strange. Da war jetzt nichts außergewöhnliches. Joa. Er weiß schon ganz gut Bescheid. Das muss aber noch nichts heißen. Subject hat 4.0.3. Doch kann das jetzt irgendwie gut abgehen oder so? Jetzt geht er lang. Er hat die AWP. Die... Die natürlich prädestiniert dafür ist, dass, ähm... Warlhack natürlich supergeil was hilft. Hm. Schwierig zu sagen. Also, wenn du normalerweise da anhast, also Warlhack auch anhast, dann drückst du auf. Dann hat er noch relativ ruhig die Flash-Kunkur. Dann hat er noch mal was er so oder so. Ich will den hier rüberspringen sehen. Wie viel Kiste geht der ihm jetzt nicht. Den sieht er. Und jetzt tut er nicht raus. Jetzt sieht er noch nicht mal ein Trigger aus. Oder doch? Achten wir mal drauf. So schwer zu sagen. Also, beim ersten Shot hätte ich fast drauf... Wetten können, dass er Wall hat. Also, das ist jetzt auch schon wieder krass. Er guckt die ganze Zeit darüber und jetzt aimt er dahin ab. Gebt ihn. Die anderen machen das gute Spiel in Death. Das ist natürlich gut, wenn man vermute, dass er wenn dann mal jemand am Cheaten ist oder nicht am Cheaten ist. Das kann man anders probieren. Indem man einfach, äh, ein bisschen vorsichtiger spielt. Granate kommt saugut. Ne. Und dem hat er nicht drin. 100% hinter dem. Da müssen der Schuss einfach reingehen. Aha. Vielleicht hat er doch Träger. Müssen wir jetzt mal drauf achten. Aber das ist eine Kombination ohne Aim macht nach meiner Meinung nach keinen Sinn. Aber man weiß ja nie bei den Leuten wie die das machen. Der Träger hat da auch nicht drin. Weil da Träger ziehen auch gerade auf Schlitz. Und dann gehen die sofort. Kann ich mich natürlich auch vertun. Ich sag mal so, ich bin natürlich nicht erfahren. Damit schiebt es an sich. Ja. Wenn man keine benutzt, sollte man eigentlich auch keinen Plan für den ganzen Laden. Standard Kill. Ich habe fast schon wieder eine vorgefertigte Meinung, wie ich hier nachher voten werde. Kann sein, dass ihr das natürlich anders seht. Weil ich habe das schon oft festgestellt. Wenn ich jetzt mal jemanden... Also ich bin fast der Vermutung, dass er doch nicht anhat. Der weiß schon ganz gut Bescheid, aber das ist halt eben schwierig. Ich kann mir auch mal sagen, generell die Einstellung jetzt über OBS nennen. Über den neuen Bildschirm. Weil die 16 zu 9 Resolution von vornherein. Ähm, das ist ja auch nicht interessant. Gut, dass jetzt nichts ausgewöhnliches, wenn die Granaten da so fliegen. Die werfe ich selber auch so. Aim ist von ihm, jetzt rüpft er da hoch. Hat ihn gesehen. Also das war jetzt nichts besonderes. Aber der Punkt ist, er kann halt vieles auch sehen. Wenn er dann auch noch mit Mates, ähm... Eher hat er jetzt auch nicht gesehen. Ja. Also für mich, es gibt ein paar Sachen, wo man sagt, okay scheiße, das ist ganz schön komisch. Aber, ähm, er erkennt das nicht, dass man dann gut drückt oder den richtigen Riecher in dem Moment hat. Oder dass man halt eben Mates hat, die einem dann die Ansagen machen. Das vergessen wir einfach im ganzen Video auch oft im Räufig. Dass man auch mit Fünfer-Team spielt oder generell mit Mates im Team-Speak ist. Und da dementsprechend die Tipps, die die Ansagen kommen. Das wird dann oft als Warhack interpretiert. Muss aber nicht so sein, weil, ähm, wenn man einfach einen aufmerksamen Mates im Team-Speak hat... Trigger auch nicht. Die beiden schließe ich jetzt einfach aus. Standard-Schuss durch die, durch die Tür. Da gibt es da dem vielleicht auch noch einen mit. Weiß ich jetzt nicht, hab ich leider nicht gesehen bei demjenigen. Doch einer hab da mitgegeben. Flaschbank! 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 Flaschbarn! 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 Jetzt hat er den Hüpfen sehen. Also ganz eindeutig, er weiß, dass er da ist. Er ähnt jetzt mittig ab. Da kommt jetzt... Was war das nicht? Smoke? Oder... Jetzt drückt er ihn da quasi. Kriegt ihn aber nicht down. Ist okay. Wenn man mit AWP ganz gut umgehen kann, sind die Schüsse jetzt nichts irgendwie Außergewöhnliches. Er hat ihn auch nicht zum Beispiel jetzt eliminiert. Den unten sieht er zum Beispiel jetzt nicht vorkommen. Das spricht auch gegen einen Wallhack. Leute, die Wallhack haben, spielen auch den Wallhack noch ein bisschen anders. Ähm... Die versuchen zwar unauffällig zu machen, aber die gucken schon so, dass die nicht überrascht werden. Also ja, ich nutze gerne dieses Wortspiel überrascht. Also quasi, dass die einerseits überrascht werden und nicht niedergerusht werden. Ähm... Ich lege mich vor fest. Ich glaube nicht, dass der andere... Ihr könnt das wirklich tatsächlich anders sehen. Ich werde bestimmt nur die einen in den Kommentaren haben, die sagen Trigger, AIM, Wallhack und so weiter, ganz klar. Und so weiter. Schreibt mir mal bitte rein, wann ihr meint, wo es für euch eindeutig ist, die Zeit... Schreibt mal bitte nicht nur eine Zeit dran, weil es ist wichtig. Wenn man jetzt nur eine... Ein... Ähm... Hinweis nimmt, wo man sagt... Okay, bei 3, 12 zum Beispiel... Da bin ich der Meinung nach der Wallhack an. Ein Punkt, wo es verdächtig ist, ist meiner Meinung nach noch nicht hacken. Wenn aber... Wenn man jetzt sagt 3, 12... 4... 4, 10... 5... 18... 6... 43... Und so weiter und so fort. Da, da und da. Das sieht man ganz eindeutig. Der springt und so weiter und so fort. Schreibt das mal ausführlich in den Kommentaren. Wenn ihr meint, dass er zum Beispiel andere Wallhack hat oder warum einer Trigger hat, hinterlegt mal die Zeit noch ein bisschen. Weil es hilft mir einfach auch mehr, ähm... Wenn ihr sowas besser erkennt als ich, ja? Was ich gar nicht aus der Farbe stellen möchte... Dann, äh... Ich will jetzt nochmal... Ja... Den, äh... Schönen Fuß rein... Weil er nicht mitkriegt, wird er von hinten gerasht. Jemand der Wallhack hat... Der guckt sich immer zumindest ab und zu mal unauffällig nochmal um. Versucht zumindest sich unauffällig umzugucken. Das hatten wir teilweise schon in anderen Overwatches. Habt ihr selber gesehen. Und, ähm... Ja, wie gesagt, schreibt mal bitte rein. Warum und weshalb ihr meint, wenn ihr meint, dass er anhat. Ähm... Warum das so ist... Ganz normaler Kill. Er spielt auch nicht gut. Also teilweise sein Aim ist schlecht. Ja, hier deckt er jetzt ganz gut das... Relativ okay in das Window, aber er zieht ein bisschen zu tief. Da kommt die Granate, obwohl er kein Schwein ist. Sprich, einfach wieder dafür, dass er, äh... Normal spielt. Weil es gibt genug Situationen, wo er einfach, ähm... Normal einfach auf Verdacht wirft. Da kommt ein Flash, jetzt schießt er Feuer durch. Kann man machen. Der kommt ja, kriegt dann oben vom Ding zum... Also, ähm... Ich bin der Meinung. Er hat nichts an. Er hat nichts am Laufen. Wenn ihr anderer Meinung seid, schreibt mal rein. Schreibt mir mal die Zeiten rein, wo ihr meint, äh... Dass er anhat. Also wirklich mal reinschreiben. 312, 310, äh... Was weiß ich... 418, äh... Wallhack, äh... Trigger, bla... Etc. Und mehrere Sachen, wo ihr meint, dass es, äh... Dass es verdächtig ist. Bei einer Sache bin ich der Meinung, dass er nicht hat. Also er hat keine Zielhilfe an. Also er hat keinen Aim drin. Sichthilfe meiner Meinung auch nicht. Obwohl der allererste Kill, wo der aus Cut... Wo der aus... Von... 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 Von der Position B reingelaufen kommt. In die Cutters oder in die Eternals reinläuft. Wo den abaimt, fand ich schon ziemlich krass. Wo ich gesagt habe, okay... Wow. Äh... Andere Weiner, die externe Hilfen glaube ich auch nicht. Und hat auch nicht das Spiel behindert. Und sonst irgendwas Shit können wir jetzt nicht sehen. Ähm... Ich bin der Meinung, der hat den nicht an. Und wie gesagt, wenn ihr anderer Meinung seid, belegt das mal bitte mit Zeiten. Und schreiten wir rein, auch warum und weshalb. Worauf man achten muss, eurer Meinung nach. Warum in dem Fall er vielleicht irgendwas anderes anhatte. Das wäre super. Und ähm... Und ich hoffe, dass wir unsere Overwatch-Skills gemeinsam weiterhin dadurch verbessern können. Und ähm... Wenn ich gerade durch euch als Community noch ein bisschen dazulernen kann. Wie ihr sagt, okay komm, ich erkläre dir jetzt, CaptainCL, warum das jetzt so ist. Und ich sage ihm, ey, das ist ein guter Hinweis. Und ich kann was dazulernen. Wäre ich super dankbar dafür. Also haut ruhig in die Kommentare rein, wenn ihr anderer Meinung seid. Und ansonsten freue ich mich natürlich auch, Leute, wenn ihr meine Meinung seid und das genauso seht. Und ähm... Naja, bleibt mir treu. Bis zum nächsten Mal. Euer CaptainCL, macht's gut. Ach, ja, Urteil gebe ich noch schnell ab, damit ihr schon da gemeinsam seid. Und ich nicht einfach mal nachher noch was anderes abgebe. Also, macht's gut. Bis zum nächsten Mal, euer CaptainCL. Ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal.